Für einen englischen Subtitel, klicken Sie den Subtitel-Botan! Ich habe nach wie vor echt eine Rarität noch unter den Blauzungen-Skinken. Hübsches adultes Tierchen und deswegen heute für euch mein Intro-Tierchen. Ich hatte es angekündigt, die Folge heute über die einzelnen Fidschi-Arten. Das ist Brachilofus fasciatus. Fasciatus ist ja die Übersetzung für gestreift eigentlich. Fasciatus, also gestreifter Tonga-Leguan, wird man vielleicht als deutsch bezeichnen. Wir haben hier ein adultes Männchen. Interessant ist auch, die fasciatus sind die kleinsten der Fidschi-Leguane, also so gut 15 cm kommen auf den Tonga-Inseln vor und auf den umliegenden Inseln. Da haben wir das Männchen, in der Regel grün, also richtig sattes Grün, bläuliche Streifen. Da hinten in der Ecke sitzt das Weibchen. Gucken, ob man die, ja, man sieht sie so einigermaßen. Also interessant, auch bei den Weibchen sehen wir klein wenig Streifen. Also hier so der, von wegen, alles was Streifen hat, sind Männchen. Das passt auch nicht immer, hatte ich vorhin in der letzten Folge schon mal angesprochen. Ja, das sind die, wie gesagt, die kleinsten Fidschi-Leguane, Brachilofus Fasciatus. Hier haben wir jetzt den klassischen Fidschi-Leguan, das ist der Brachilofus Bula-Bula. Kleine Anekdote noch, Bula-Bula heißt in der Einheimischen, also Bula heißt Hallo auf Fidschi und Bula-Bula heißt so Hallo-Hallo. Wahrscheinlich, weil sie sich so gefreut haben, Hallo, was kommt denn da für ein hübsches Tier oder so in der Art. Also da wissen wir jetzt sogar, was Bula-Bula heißt. Ist der, von der Größe her, der mittelgroße von den drei, die in der Terraristik gehalten werden. Also die wären so 17 bis 20 Zentimeter, ne, wenn man den hier, ja, ich würde mal schätzen, der hat wahrscheinlich schon seine 20 oder knapp 20 Zentimeter adultes Männchen. Irgendwo ist auch das Weibchen dazu. Ach ja, die sitzt da auf einem Asch dahinter. Mal gucken, ob ich das Weibchen auch noch draufkriege. Ihr seht mal wieder schön, dieser Farbunterschied. Männchen eher dezenter einfarbig. Weibchen dezenter einfarbig. Das Männchen schön gezeichnet. Bei mir in der Region gibt es ein altes Fastnachtslied sogar. Das heißt, am Schluss, da kommen die schönsten. Das haben wir jetzt in dem Fall eigentlich auch so ein bisschen die dritte Art der Fitchi-Leguane. Das ist Brachilofus vitiensis. Das sind die größten von den Fitchi-Leguanen mit über 20 Zentimeter und sind auch farblich die auffallendsten. Also wenn ihr euch mal das Tier anschaut, weiße Streifen, schwarzer Rückenkamm, die gelben Nasenlöcher. Also wirklich schon ein wunderhübsches Tier. Was auch interessant ist, vom Klima her, also gut, wir halten sie alle tropisch, habe ich in der ersten Fitchi-Folge schon angesprochen. Die halten wir ja natürlich auch tropisch. Wobei die weniger, oder die kommen bis an die Strände eigentlich vor. Das ist Tiere, die nicht irgendwo mitten im Regenwald leben, sondern wirklich bis, also wenn ihr mal auf den Fitchi-Inseln Urlaub macht und am Strand liegt und nach hinten guckt, vielleicht habt ihr Glück und seht so ein Vitiensis, ist tatsächlich so, dass die bis an die Randgebiete vorkommen. Hier unten sitzt, by the way, das Weibchen. Die habe ich hier nicht immer richtig gesehen. Eigentlich auch toll, wie brav die sitzen bleiben. Also ich filme die ganze Zeit über der ihren Kopf weg und die sitzt trotzdem noch da. Auch schön, aber das Weibchen hat echt deutlich Zeichnung. Also, ich weiß nicht, als Laie würde man da schon vielleicht denken, ach guck, das ist ein Männchen mit dieser hübschen Zeichnung. Nein, das ist kein Männchen, das ist ein Weibchen. Die Vitiensis unterscheiden sich durch die Verbreitungsgebiete, fallen da auch ganz verschieden aus, je nach Inselpopulation. Vitiensis lebt im westlichen Teil des Verbreitungsgebiets. Also wenn man so die Hauptinsel Tonga Fiji sieht und westlich davon die Inselgruppen, die es dort gibt, da kommt der Vitiensis vor. Und ja, mehr oder weniger fast von Insel zu Insel sieht er verschieden aus. Und wird dann, wenn möglich, auch Verbreitungsgebiet reingezüchtet. Zum Abschluss geben wir dem Weibchen die Ehre. Das waren die zwei Folgen über die Fidschi-Leguane. Ich hatte echt tolles Anschauungsmaterial hier. Also ich denke, jeder, der sich ein bisschen auskennt, der wusste schon vorher, das kann nur beim Jürgen Schmid in Österreich sein, wo man so viele Fidschis sieht, so viele verschiedene und das genau erklären kann. Also tausend Dank an den Jürgen Schmid. Gigantisch, was der an Fidschis und an Wissen über Fidschis hat und dass er mir das Filmen hier ermöglicht hat. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Zum Abschluss muss ich doch nochmal den Mann hier drauf kriegen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, bleibt mir treu. Ich denke, solche Insider-Filme so viel wissen, ohne mich jetzt selber loben zu wollen. Aber das gibt es ja fast nur bei ReptilTV. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bleibt mir treu.